Hier machen wir die hier oben. Klarheit. Klarheit. Heute ja dann Wasser. Klarheit ist, na gut, es ist eine Sache, die man sich oft wünscht. Oder mit der man sich oft beschäftigt, weil klar sehen, Klarheit haben, die Dinge klar spüren, ist das A und O. Also ich meine, in gerade schwierigen Lebenssituationen ist es unglaublich wichtig, dass man die Chance bekommt, sich selber klar zu sehen. Dazu muss man manchmal Sachen wegräumen, damit der Spiegel dann auch wieder frei steht. Oder eine Situation klar zu sehen, weil das einfach dazu führt, Klarheit führt zu guten Entscheidungen. Und Erfolg ist immer die Summe von richtigen Entscheidungen. Und Klarheit hilft dir dabei. Kann auch wehtun.